Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Repentance und ein frohes neues Jahr. Heute gehen wir rein, neues Jahr 2024. Wir gehen rein mit, ich hab keine Ahnung, Eden. Und mit Eden machen wir Isaac oder The Lamp. Und wir können fliegen. Sehr gut. Wir haben keine Soul Huts. Nicht gut. Aber wir haben Dinge. Wir haben gute Dinge. Wir haben 4,2 Damage. Das ist wunderbar. Wir haben leider keine Spectral Tears. Gefährlich, gefährlich. Aber wir haben eine gute Startgeschwindigkeit. Wir haben ein bisschen was zum Geldfarmen. Auch gut. Oh. Ich dachte gerade, Feuer. Feuer, äh, Feuer. No. Nope. Nope. Ich bin ganz schön fix unterwegs. Ach du heiliges. Ihr brennt doch, Leute. Ha. Guck mal, die zersetzen sich von selbst. Sind die nicht dumm? Okay. Schlüssel. Aufgeteignet. Uuh. Gefährliche Nummer hier. Gefährliche Nummer hier. Sehr gefährliche Nummer hier. Ich könnte ein Soul Hard gebrauchen. Warte mal. Hab ich den Boss? Was hab ich? Aber ich hab Mega-Satan noch nicht. Wir probieren es aus. Ja, also, ähm, ja. Was soll ich dazu sagen? Wow. Außer Mist. Wir probieren es aus. Es war falsch. Wir gehen weiter. Komm. Gut. Oh. Das rote Feuer hier. Hier ist auch nichts Vernünftiges drin. Was ist das hier? Ich hab keine Bombe mehr. Aber, na, wir lassen uns. Äh. Hallo. Ein, so ist ein Treffer. One-Shot. Was ist das? Ja. Okay. Yo! Können wir bitte ignorieren, was gerade passiert ist? Ja! Die Hierophant. Ach, komm. Komm, wir gehen rein. Moin, Meister. Warum häusen die Deutschländer eigentlich Deutschländer? Ich bin kurz davor, die zu... Au, sag mal. Wie deppert bist du denn? Ich werde Banane hier. Na komm, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter rein. Ja, gehen wir mal hier rein. Ich zeige euch jetzt was Lustiges. Fly me to the moon. Spectral Tears. Besser als alles andere. Sag ich euch, wie es ist. So. Ich bin gerade am überlegen. Ich mach das. Es wäre ja dumm, wenn nicht. Ich hab ein neues Leben. Ich, 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 ich... Hab einen Fehler gemacht. Ich geh doch nicht auf Mega-Satan. Außer, wir bekommen... Noch... Äh... Ein Sacrifice-Room. Hallo, kleiner Haunty. Mein kleiner Flaschengeist. Greif an. Oh, der ist gut, ne? Little Haunt. Yeah. Mach ihnen Angst. Du bist ein Geist. So, was... Was möchte ich haben? Äh... Im Shop gleich Blue Map. Hier, geh mal hin. Gut. Okay. Hat sie erledigt. So. Nummer eins ist weg. Du kleines... Dommes... Ding du. Oh. Oh, ruhig bleiben. Ruhig, 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 ruhig. Oh, Sackhead. Oh. Nehmen wir. Komm. 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 Nehmen wir nicht. Ich mag keine Champion-Gegner. Exifize and can't be charged up twice and used twice in a row. Nee. So. Hm. 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 Ich hab' leider nicht nachgedacht mit den Devil-Deals, ne. Hm. Ich brauche ja Angel Deals für den. Aber so ist das nun mal. Manchmal läuft das Hirn etwas langsam. Wen haben wir denn? Au. 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 Schade. Ich probiere es aus. Habibi. Komm schon. Drop. Nicht das. Magician. Vielleicht doch The Lamp. Vielleicht nehmen wir doch The Lamp mit. Haben wir hier noch. Ja. Ja, ist mir egal. So, ich muss mal eben die Heizung hier runterdrehen. Es wird warm. Oh Gott. So. So, so, so. Wie gesagt. Sacrifice room. Wir haben 16-prozentige Chance auf ein... Ach, durch... Stimmt, 8-Ball. 8-Ball. Verschafft uns eine höhere Planetarium-Chance. Dies habe ich schon wieder vergessen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Okay. Leute. Leute. Das sieht gut aus. Äh... Car-Batterie. Das ist es. Ich brauche eine Autobatterie. Durch die Autobatterie kriegen wir nämlich anstatt ein schwarzes Herz, zwei. Ein wunderschön. Wie gesagt. Das ist ein wunderschön wunderschön. Das ist ein wunderschön. Gut. Achso. Maßlos enttäuscht. Ja. Ah. Ah. Ich dachte eigentlich hier rechts wäre der zweite Secret Room. Warum der zweite? Äh. Aufgrund meines Twinkets. Okay. 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 So, 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 so. Monster Manual. Einmal antatschen. Aktivieren. Und sich freuen, dass hier die Satanic Bible. Oh, hier. Hier muss das sein, oder? Ja. Mm-hmm. 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 Noch ein Batterie-Item Noch ein Batterie-Item Noch ein Batterie-Item So reichet mir ein Batterie-Item So reichet mir ein Batterie-Item Komm schon, Brudi Lass mich nicht hängen Ich dachte, wir mögen uns Ich dachte, wir wären Buddies Ich dachte, wir wären Buddies Hm? Ich bin enttäuscht Zwei von drei Äh, jetzt wird gegambelt Also, was heißt gegambelt? Wir holen uns jetzt schön Lass ich das HP ablie... Ja, ich lass es liegen Obwohl Ah Ich habe verstanden Oh, ich habe eine Nachricht Moment Weiter geht's Es war nur eine kleine Unterbrechung Hä? Achso Hä? Ich muss mir das aufsparen Bitte sei nicht weg Es ist weg, ne? Ach, scheiße Ich meine Mist Ich habe das ganz vergessen Gut, gut Gut, gut Aber Wir können ja den zweiten noch kaputt machen Lauf nicht vergessen Oh, Junge, Junge Warte, wir haben hier noch einen Raum Oh Oh Ich habe einen Plan Gehen wir weg, Kadel Gut Wir gehen hier rein Machen die alle kaputt Und snacken uns noch einen Dann machen wir den So Dann gehen wir Weiter Ich bin am überlegen Ob ich jetzt noch weiter gamble An dem Bagger Oh ja Wie sieht es eigentlich aus mit Oh Ähm Hier, Deceit D-R-L-Q D-E-4-F Ach, er hasst mich Gut Alles jetzt richtig? Ne Ich muss noch hier das machen So 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 Zack Hör mit Jau Das ist immer gut Ach, verdammt Das Ah, ich habe Von Bombe Nein Okay Machen wir aber hier mal So 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 22 Schlüssel Was soll ich denn mit dem ganzen Schlüssel hier Und ich bin schon wieder Au Au Hat am überlegen Ob ich Ich mache es Ich will gucken, ob ich Vielleicht noch Dieses eine Item da bekomme Womit mal ein Fliegen Äh Gappi Ich will ein Gappi, Alter Ich habe keine Bombe Okay Hahaha Lustig Ja So Es wird wieder Gabbelt Jetzt reicht es mit den Nachrichten hier Dankeschön Danke Dankeschön Ich mache es auf Spaß Auf Spaß an der Freude Was haben wir hier Jera Was haben wir hier Okay Äh Magician Ach Egal Ja gut Oh Äh Oh Äh Und Ja Äh Ja Äh 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 Ja Äh 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 So, suchen wir noch jetzt den, äh, Goldraum bitte einmal. Au. Oh, war das dumm. Ah, so. Nicht! Ich bin enttäuscht. Also jeder, der sagt, dass die Säcke sich nicht lohnen, ne? Der Spinn, Alter. Also, die Säcke sind zu... Ich hab keine Bomben mehr. Okay, tschüss. Ist das hier eigentlich XXL? Ne. Ja. Nehmen wir mit. Regenbogen. Ich könnte mal einen alten Sketch auspacken von... Oh Gott, wie hieß der noch? Tomska, aber... Das lassen wir. Ich glaub, der ist nicht mehr so cool. Also der Gag. Ich weiß ehrlich nicht, ist der noch okay? Ist das schon so... Ah! Hm. Vielleicht kennt den jemand. Eins. Okay. Ja. Ja. Bo-do-do. Jo. 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 Hallo. Hi. Pips, hi. Einfach ein Engel. Nein, sag ehrlich. Er ist ein Engel. Traum mich nicht, mach ich trotzdem. So. Gib mir das, gib mir das, gib mir das, gib mir das. Alles Geld, danke, 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 danke. Und sie sehe ich. Oh. Ich dachte, ich kann cool ausweichen. Falsch gedacht, mein Freund, und Kumpferstecher. Falsch gedacht. Ups. Ich bin Gappi. Hallo, ich bin Gappi. Und wer sind Sie? Sie sind nicht Gappi. Ha. Er wischt. Du Fisch. Er hat auch die Jera-Ruhen da einsetzen können, ne? Naja. Schlüssel einmal. Nein. Okay. Hankman. Macht klar. Brauche ich. Nicht. Ein Soul hat. Aber... Super. Einfach mal schön auf Entfernung shooten und gucken, was dabei rumkommt. Das ist das Besse. Das ist einfach großartig. Hallo. Komm her. Ja, safe. Membership gehört. Komm, warum nicht? Ah. Nein. Nee. Nö. Brauche ich jetzt auch nicht mehr. Neck of Cards mache ich sehr gerne. Das haben wir. Okay. Stame Shale. Gut. Nee. Okay. People of the Sun. Yay. Warte mal. Ich war in... Nee, ich habe den Goldraum noch nicht. Oh. Moment. Ist das nicht... Shops. Scrapier sind... Ja, nehme ich mit. Komm. Wir können auf die zwei... Ähm. Warte mal. Ach, Quatsch. So weit weg? Ich mache nicht. Ja, dann gehen wir mal da rüber. Hier fällt Quatsch ein. Pass mal auf. So. 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 Zwei... Zwei. Zwei Sun Karten. Ach so. Geh weg. Pixi. Pixi. Gut. Gut. Pix. 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 Big shot also. Okay. Wenn du das so möchtest. Hm. Wir müssen noch ein bisschen Geld sammeln. Für die nächste Ebene. Oh, schön. Speed up. Speed up. Mutter. Es geht Was habe ich gesagt? Oh, Isaac oder... Wir machen Lamp Das war ja super stupid von mir Aber gut So, jetzt kein... Ne, ist eigentlich egal, oder? Ja, ist egal So Ich sage die, zack Kohle, Kohle, Kohle Schöne Abkürzung, super Jo, läuft Ja, 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 ja Komm, wir gehen voll auf Risiko Also Okay Oh 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 Ja, den Rest zahlen wir ein Ich habe die letzten Male, glaube ich, ein bisschen gesprengt Das muss jetzt wieder aufgefüllt werden Sehr gut Ja, 13 Cent ist voll okay Das nehmen wir nicht mit Weil, äh, kein Bock Nee, 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 nee Gut 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 Achso Ist ja schon voll, mein Leben Gut Äh, ist ein Tieres ab, ne? Nehmen wir mit Ausgemaxt, würde ich sagen Ausgemaxt So Äh Ausgemaxt Oh Äh Ausgemaxt 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 Das war ja dumm. Scapular. Oh, Seraphim-Transformation. Ja, cool. Einfach mal alles kaufen. Ist hier noch eine Thumb? Nee, eine Magician-Card. Ich glaube, ich nehme die Magician-Card mit. Ja. Ja, 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 ja. Ekel. Ekel, Alfred, ey. Ach komm. Und jetzt können wir los zum Boss. Zum Bosch. 27. Äh, warte. Nee, hab ich schon alles. Ich hab schon alles, was ich brauch. Zack, 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 zack. Ich hab gerade kurz überlegt, ob ich Haschi mach, aber... Wir haben sogar noch einen Devil-Deal. Äh, naja. Ja. Ja. Und ne Sun-Card. Sun. Ne Sun-Card haben wir auch noch, ne? Ja. Machen wir mal rein. Und tschüss. Und tschüss. Ihr seid so nervig. Ihr seid so nervig. Sehr, oh, das ist zwei Magic-Karten. Magician-Karten. Also Magic ist was anderes. Und das ist gut. Das ist sehr gut. M kann nicht arbeiten. Darf ich mal. Alter. Ich wollte gerade sagen, hör mal auf so viel auszuhalten hier. Hier. Tschüss. Oh, nice. Tja, was willst du machen, hä? Gegen den Boss. The Book of Secrets. Noch ein Buch. Sehr gut. Ja, das gefällt mir. Ja. Nein. Nee. Ich war gerade kurz verwirrt. Ich wollte gerade sagen, hey, dann kann ich ja, äh, die Forgotten ausbuddeln. Kann ich nicht. Äh, was wollte ich jetzt? Genau, gucken. Hab ich mega... Nee, hab ich nicht. Uh. Uh, uh. Uh, die For... Uh, die... Hm. Ah. Die Fragen aller Fragen. Magician-Kart, würde ich sagen, behalte ich mal für mich für... Was haben wir hier? Äh, das. Ähm. Äh, für... Für Mega-Satan. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass das besser ist. Vorsichtig. Deine Laser-Shin gefährlich. Ah, ja. Ah, ja. Nee, du. Nee. Tick, tick, tick. Tick, tick. Champions. Prints. Genau, dich wollte ich haben. Ausgezeichnet, Meister. So, wo war jetzt? Unten links. Ja. Gut. Ah, Togge. Togge. Nehmen wir. Warum auch nicht, ne? Oh, nice. Lasers. Nehmen wir... Nehmen wir alles mit. Ja, das war nicht zu vermeiden. Vielleicht doch. Aber egal. Nö. Nö. Ach so, die hätten jetzt ruhig... Hey. Dich noch oder euch beide viel mehr gesagt. Viel besser gesagt. Ein Show-Lot. Und... Turn the shit on. Would you like to do... Nö. So. Ausgezeichnet. Ich hab nicht mal Schaden genommen. Aber ich möchte gerne noch ein bisschen hier aufräumen. Weil, warum auch nicht. Ich will mal gucken, ob ich hier noch irgendwo... ...was Gutes mitkriege. Ne, kriegst du die... Ne, komm, lass uns hier keine Zeit verklappern. Lass uns direkt mal... ...rein in den, äh... ...satanischen Aal. So, wir machen hier direkt... So. Wer ist der Nächste? Aua. Vorsicht! Ouuo. So. So, so, so. Hey, 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 hey. Au. So riegel ich das. Jo. Jo. So, da brauche ich auch gar nicht zu Delirium gehen, denn ich bin fertig für heute. Ausgezeichnet, dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, The Binding of Isaac Repentance. Bis dahin, gehabt euch wohl und ciao, ciao.